Da sein. Die darf nicht so lang casten, weil die muss dann schnell gehen. Ja. Das gleiche ist Dex. Ich mach hier schon viel Schaden, dann mach ich erstmal Deckskill. Na komm. Von Caramel. Oh man Leute! Ist doch scheiße. Ja. Schon wieder auf Each Take, ey. Das ist doch scheiße. Ich versteh nicht warum. Ja, keine Ahnung. Das heißt ich hab... Ja, vielen Dank. Ein Monster. Für das 1 quarter mehr lass ich keine. Ich steig jetzt based ab. Kann ich ein bisschen Deckskilln jetzt. Ich hab 34 plus 4 Int und 18 plus 2 Decks. Junge! Tausend fast. Da brauch ich was geht. Hiyo. Nice. Double. Synchron. So das heißt ich mach jetzt wieder Decks. Wie lange dauert noch ein Job Level? Das dauert noch ein bisschen. 23. Ein Level noch, dann hab ich Decks auf 25. Das ist doch schon mal ganz brauchbar. Ein Job Level, dann hab ich Firewall. Probiert. und dreißig mal auf den Arsch Entschuldigung die Steiner wenn du dann Bash machst, dann kriegst du eh alleine ne Platt eigentlich brauche ich eigentlich gar nix warum sind die alle Cast-Sensitiv, das ist doch scheiße kann ich nicht einfach so drauf, dann brauche ich echt fucking Firewall, naja, bald wir müssen Karamell und Horns jagen wir müssen oben rechts auf die Insel da laufen wenig rum, wenig Leute hier läuft ab und zu mal eine Verwalt wenn wir jetzt hier eh trainieren, dann können wir ja auch Ding farmen was? Blue Plants ja schon, ohne Scheiß ich glaube, was brauchen wir für einen Pott, ich weiß gar nicht, zwei, drei zwei ich weiß nicht und dafür mal schnell 20k, ich meine, das ist nicht gerade wenig das kommt jetzt halt wenig vor, weil wir es halt hochreich sind dank dem, aber ne, ich weiß schon, was es wert ist, weil 100 Mille, ey, das hab ich noch nie gehabt, so viel ne, vor allem, dass der uns die schenkt ja, schon hätte er aufgehört mit Spielen oder so, keine Ahnung ach ja aber was für ein Zufall, dass wir dann ja, ja, eben äh, ging gut ja gut die Aktion, also das von wegen, ja, machen, äh, Let's Play brauchen Geld war ja schon geplant also, ich hatte ja schon die Hoffnung, dass wir so ein bisschen was kriegen ja, aber nicht 100 Millionen das ist der Fuzzi, äh, 100 Millionen, 100 Millionen, ey naja, ich bin voll oh, dann läuft der schwule Poring auch noch out of range du bist, du musst näher heranfahren, du bist zu leise nein, bin ich nicht ich bin echt zu leise ne, jetzt nicht mehr na komm it's over 1000 yeah, man ja, die, die scheiß Käfer lohnt sich gar nicht mehr die Karamell, Johnny da ist ein Karamell ich brauch, ich muss, ich pack nur noch ein Fireball Level, keine Ahnung fünf für die Leiste es lohnt sich mehr für die Kleinen oh Gott Alter, mach auf deine scheiß AP auf, ey mein Herz, Junge so, da muss ich nicht zweimal so lang casten ein 10 und ein 5 drauf, dann passt die Sache es sind zwei, drei Karamell gut, den zuerst so, jetzt hab ich bald wieder ein Job Level ab ist ja geil ja, ich auch nicht bald dann kann ich nämlich Fireball Junge äh Skillen, 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 Skillen Hallo, hier, da nicht zwei du Krippel, Pisa du Krippel, Pisa du Krippel, Pisa nochmal Sword hochmachen ach man, nicht so, next nicht auf mich Boah, Alter, treff mal, ey oh, wie geht's, ey Hä? lebe da, 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 da dann hat jemand muss schon was reden ja was denn wir geht zum Waldemar nach drei Stunden drei Stunden mit einem Stück aufnimmt der ist halt dann irgendwann nicht mehr so viel spannend ist drei Stunden schon bestimmt komm mir nicht vor ich liebe dieses Spiel da darf ich oft schon alleine weiterleben ich bin gerne aber das immer halt dann ist halt Party mit Party Scheiße dann wenn du mich ein bisschen stärker dann geht's dann noch schneller ja aber wie gesagt ich bin ja nicht gleich 20 Level höher ich bin vielleicht Fahrlevel höher ja wie du stärker bist es mir das egal vielleicht auch das ist Let's play together aber das halt dann schwierig für mich weil ich will halt unbedingt zocken zum Beispiel oh mein Gott oh mein Gott Junge Nein! Fireball macht ja Flächenschaden Oh my goodness Go dying Bitch Ja genau Green life So hau mal die Stainer Oh mein die Stainer zum Brei Junge Und Bam! Doch weil ich habe jetzt einen Fireball Level 5 in meinem Scheiß Ding getan Und dann machst du den Rest Alter Ich hab keine SP mehr Mensch läuft nicht Ich kann SP jetzt kann ich hier No No Sai She Oh mein Stuhl ist mir zu niedrig Scheiße Dein Wachen hoch Geht nicht höher Das ist schlecht Rocek Ich weiß nur was ich mir Der kaufen muss überhaupt Für Equipment Was gibt denn für Waffen Karten Gibt's ja keine Erweiterbesuche Alter Vater Es ist soo L.O.L. Was ist das von der Scheißseide Das weiß ich ja gar nicht was die bringt Direkt Roacards Roacard 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 Äh aber das ist ein Forum WTF Trag Oh ich weiß nicht Scheiße Woher geht's Junge So Ok Coco Hallo Wuff, wuff, die Scheiße. Och, Gott sei Dank. Gib ihm, Junge. Habt schon wieder verpasst, ey. Ja. Bist müde, oder was? Auf den castest du? Boboring. Okay. Dann mach ich jetzt nochmal. Auf Decks. Kann ich mal einen Scheiß-Skill-Level steigen? Na, gleich. Ja, die Ständer haben viel Agi, viel Fliebwert, ja. 25 passt erstmal. Mach höchstens 30, aber erst in den nächsten paar Level. Ja, ich mach jetzt erstmal Energie hoch. Ja. Alles geht mir so auf den Sack, Junge. Dann warte länger. Nein, das dauert mir zu lange. Ja, dann darf ich dich nicht beschweren. Ja, doch, darf ich. Das ist ein Verbot in Deutschland. Ja, doch. Juhu. Juhu. Na. Alter. Oh, die Firewall dauert viel zu lang, Junge. Wo gehst du hin? Scheiße. What the fuck? Braucht viel zu lange zum casten, ey. Und die hält viel zu wenig. Ey, ist ja lächerlich. Braucht ich auf Level 10. Und ich brauch mehr Decks. BAM, Junge. Ja. Lauf da zu, da dahinter. Timo, lauf dahinter. Ah. Die hebt ja gar nichts auf. Ah, ich brauch die ersten paar Level höher. Ah, das hab ich schon gesehen. Sonst ist kein Wert. Sonst hätte es Koi wert, Mensch. Kost nur Mana. Was brauchst du dir die Firewall? 40 SP, ja die... Fuck, ich hab meine SP grad verschuldet, ey. Naja. Na, lasst mal wieder. Hier, gescheite Mops. Schör, ha, hier. Was geben die überhaupt? 13% hab ich jetzt? 4. ihr welches wir hierhin? Waren wir noch unter 20 gell? ne ich war genau 20 Base Level 14 äh Job Level 14 äh jetzt bis Level? 17 Base Level ist Level Job Level ist Job Level Base Level 24 Weil ich wahrscheinlich schon höher wäre Joblevel ist uninteressant, mit Level man hat man nur Base Level Das ist eigentlich der richtige Level Weil das macht dich ja stärker, weil das die Statuspunkte Oh, deine Mutter soll verrecken in der Hölle, ey Du bist so ein Drecksviech, ich sag's ja Na? Perfekt Keine Mana mehr Ach so Yeah Ey, was willst du, ey, du kommst nicht über die Brücke Ey, du kommst nicht durch Salle, Salle Musst du, Salle, Geld, Salle, Salle, Gelde, Gelde, Salle, Gelde, Salle, Gelde Musst du, Salle, Gelde Nicht gehen, ne? Hä? Nicht gehen, ne? Doch Muss leider sein Mein Bruder ist wie so ein alter Rind, nein, echt, mit dem kann ich nichts mehr auffangen Nur lurcht, der platt schon Ja, klar Logisch So ärgerlich Die ganze Woche 80 Stunden schaffen Was soll ich machen, irgendwann muss ich mal schlafen Dann kann ich nichts mehr auffangen, ja Kann man, ble? Kann man wieder? Ja Wir müssen ja auch nioh alles on screen machen, wie du sagst, wenn wir jetzt mal irgendwie nur zwei Stunden Leveln gehen du hast gesagt ich hab gar nix gesagt alles onscreen alles onscreen ja keine ahnung ist halt auch üblich viel material und alter ja jetzt gucken wir einfach mal wie es ankommt wenn die leute sagen zu viel gelevelt dann kann ich weiß ich mal trotzdem ach wir schauen erst mal es ist ein MMORPG in dem Spiel geht es ein bisschen anderes ja aber da spielt man ja auch viele wenn man jetzt keinen Platz mehr haben oder kein nichts mehr wissen was wir reden sollen und trotzdem noch Lust haben zu leveln das ist was anderes fokus normal kommen wir her ich nehme alles mit wird alles aufgehoben BÄM 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 hab ich gesagt BÄM ja gleich Job Level 18 komm das muss man noch noch kriegen hier sehr gut nochmal Sold ab Junge, hast du das gesehen? Ja, joo. Skill, baby. Soll ich das jetzt fressen wie Tabak-Zahnpasta? Mann. Ich bin ein Kaugum. Ich vergesse, dass die Firewall so viel Mana kostet. Oh cool, das ging ganz schnell. Killstealer. Ja, ich habe auch schnell Monster gekillt und nicht so 8 Stunden. Mach ich Vitality? Wie du. 21. 21. Immer bei dem. Ich habe das Gefühl, da muss ich noch länger warten bei dem Spacko. Oh. Hä? Sitze. Ja. Ja, das... Ich weiß noch, ob ich SP-Recovery, aber das, glaube ich, muss ich nicht... Oh mein Gott! Ich muss mal ganz kurz was gucken. Equipment. Wo ist denn das? Rüstungen. Flur, ich brauche noch mal kurz Pause. Ja. Warum? Ach so, Verdest, oder was? Ja, ja. Alle, außer Novize, alle, außer Novize. Ach so, Earring? Ach so, Earring ist... Ah ja. Nur Earring mit Slot ist für 90. Required Level 90. Ja, genau. Radium Earring. Oh, cool. Oh, das ist ja noch besser. Required Level 60. Ah. Okay. Transended. Ja? Ja. Kannst du, kannst du machen. Kannst du einen Stopp machen? Ja. Bin gleich wieder da.